Diese Themen sind für ambitionierte Frauen, die endlich glücklich werden wollen in der Liebe und in allen anderen Lebensbereichen. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Expertin für Liebe, Gründerin der LifeLoveGlücksakademie und deine Gastgeberin hier. Du erhältst exklusive Einblicke, wie ich es geschafft habe, meine eigene Ehe zu retten und mein ganzes Leben zu drehen, von zutiefst betrübt zu superglücklich. Zusammen werden wir uns intensiv mit den Geheimnissen für wahre Liebe befassen und vielem mehr. Also lasst uns eintauchen in die Welt der tiefen Verbindung und Leidenschaft, nach der wir uns alle sehnen. Ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge, in der es darum geht, dass es nicht zu spät für dich ist, dass du nicht zu lange abwartest, deine Ehe zu retten, weil du ihn sonst verlieren könntest. Weil es sonst, wie gesagt, zu spät dafür ist, deine Ehe zu retten. Ganz, ganz viele Frauen kommen zu mir und sagen, ich bin fix und fertig. Ich bin so kaputt. Ich habe seit Jahren, ich versuche seit Jahrzehnten, diesem Mann zu erklären, ich liebe ihn eigentlich. Und ich versuche ihm zu erklären, was mich denn so unglücklich macht. Was er ändern könnte, was er ändern muss, damit ich wieder glücklich bin. Und er tut es einfach nicht. Also diese Frauen reden sich dem Mund franzig und haben wirklich, wirklich alle Ratschläge, die sie in Büchern gelesen haben, die sie im Internet gelesen haben, die sie irgendwo gelesen haben, in Zeitschriften. Die sie von ihren Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern bekommen haben, haben sie alle durch. Ich kenne das von mir. Ich habe das auch so gemacht. Vor 20 Jahren circa war meine Ehe echt am Ende. Das war echt Horror. Ich war sowas von unglücklich. Und ich habe mich jeden Tag aufgerafft, weiterzumachen und zu versuchen, diesen Mann zu ändern, weil es war doch früher so schön. Ich war so glücklich mit diesem Mann. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich bin so unglücklich. Ich will nicht mehr so eine Ehe haben. Ich will nicht mehr so leben. Ich will nicht mehr so unglücklich sein. Und ich wusste aber nicht genau, was das wirkliche Problem ist. Aber ich habe gewusst, mein Mann ist schuld. Also ich habe ihm gesagt, du bist schuld. Du musst das so und so machen. Ich möchte das so und so. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das schon. Also ich habe ihm ganz genau erklärt, was das Problem ist. Also er. Und es wurde immer schlimmer. Mein Mann hat das nicht verstanden. Und genauso ist es bei den Frauen, die zu mir kommen. Ich mache das jetzt seit 16 Jahren beruflich. Und die sagen, ich rede auf ihn ein. Aber irgendwie hilft reden nicht. Weil es wird nicht besser. Er macht nichts anderes. Es bleibt immer so schlimm oder es wird immer schlimmer. Und diese Frauen werden von Tag zu Tag unglücklicher. Bei mir war es ja so. Ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst. Ich bin eines Tages tatsächlich zusammengebrochen. Ich bin auf dem Wohnzimmerfußboden gelegen und wusste nicht mehr weiter. Ich wollte einfach nur sterben. Ich war so unglücklich. Ich wollte einfach nur, dass alles zu Ende ist. Und dann kam meine Tochter und hat mich irgendwie rausgeholt. Also nur durch eine ganz, ganz simple, süße Frage. Aber das Problem ist, dass ich damals auch noch nicht wusste, was das wirkliche Problem ist. Was sich denn ändern könnte. Weil ich habe ja schon alles versucht. Und ich wusste nicht, dass es irgendwann zu spät sein könnte. Aber ich mache das jetzt so lange schon beruflich. Ich weiß, dass es manche Ehen gibt, wo es wirklich zu spät ist. Weil die Frauen, jetzt kommt der Punkt, wo du dich vielleicht angesprochen fühlst, zu lange abgewartet haben. Also ich habe sehr, sehr lange abgewartet. Ich hatte Glück, dass mein Mann noch geblieben ist. Ein Mann ist ein Stier. Ein Stier hält durch. Genauso wie ich durchgehalten habe. Aber wenn du keinen Stier hast, der durchhält, dann hast du vielleicht ein Problem, weil irgendwann läuft der davon. Du wartest ab, du redest auf ihn ein und wartest ab, Tag für Tag, Tag für Tag. Und irgendwann ist er weg. Oder du. Kann auch sein, dass du irgendwann zusammenbrichst, so wie ich. Dass du sagst, ich habe mich jetzt verloren, ich kann die Ehe jetzt nicht mehr retten. Also es kann wirklich irgendwann zu spät sein. Und das kommt manchmal früher, als man denkt. Man hält Jahre, man hält jahrzehntelang durch. In dieser schrecklichen Situation, wo du dich nicht mehr fühlen kannst. Wo du nur noch Leere in dir fühlst. Wo du nicht mehr weiter weißt. Wo du einfach nicht mal mehr negative Gefühle gegenüber ihm hast. Das ist noch am schlimmsten. Also wenn du schon so weit bist, dann musst du wirklich so schnell wie möglich was verändern. Also ich habe es geschafft damals. Mir haben sich plötzlich alle Türen geöffnet. Und als ich mich entschieden habe, jetzt muss ich die richtige Lösung finden. Weil alles, was ich in den letzten Jahren probiert habe, hat nicht gefruchtet. Das wurde sogar schlimmer. Und jetzt liege ich hier am Boden und ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Und ich habe damals tatsächlich Jahre gebraucht. Selber. Ich habe Jahre gebraucht, um diese Ehe zu drehen. Um mich wieder glücklich zu machen. Und das brauchst du heute gar nicht mehr. Du brauchst nicht mehr Jahre warten. Denn ich habe ein Programm erschaffen, das nur zwölf Wochen geht. Und ich kann dir versprechen, diese Transformation, die da passiert in dir und in deiner Ehe, die gewähre ich dir. Die passiert ab dem ersten Tag, wo du mitmachst. Weil du in diesem Programm eingeschrieben bist. Weil du da so viele tolle Informationen bekommst, was die wirkliche Ursache für die Probleme in deiner Beziehung ist. Also die Ursachen, könnte man so sagen, was die Ursachen sind. Denn es gibt so viele Ursachen, die du dir niemals hättest ausdenken können. Wo du sagst, das gibt es doch nicht. Das ist das Problem die ganze Zeit gewesen. Also es gibt ganz, ganz viele Aha-Effekte bei meinen Teilnehmerinnen, wo die sagen, mein Gott, wenn ich das schon vor Jahren gewusst hätte, dann wäre es gar nicht so schlimm geworden. Dann wäre ich überhaupt nicht so unglücklich geworden. Dann wäre ich jetzt der glücklichste Mensch überhaupt. Und das werden sie wieder. Weil in zwölf Wochen passiert so einiges. Also du hast jetzt vielleicht den Unterschied, du wartest jetzt schon seit Jahrzehnten, Vergangenheit bis hierher. Du bist leer, du bist kraftlos, du kannst nicht mehr, du bist nur noch wütend auf ihn, du bist nur noch leer, neutral, du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Oder du machst das Gegenteil und sagst, in zwölf Wochen ziehe ich jetzt das Programm durch. Und dann schaut die Sache ganz anders aus. Denn dann kennst du das, wie der Mann ist. Ja, auch deiner hat einen bestimmten Typus. Das musst du wissen, wie der tickt. Du musst wissen, wie du mit ihm sprichst, damit er dich auch versteht. Weil Reden ist tatsächlich super wichtig. Wir können es bloß nicht. Uns Frauen wurde Reden in die Wiege gelegt. Wir können das automatisch. Wir reden ganz, ganz viel. Unsere Freundinnen verstehen uns auch sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du sprichst mit deiner Freundin ein paar Sätze und die sagt, genau, sehe ich auch so. Dein Mann sagt, ich weiß nicht, von was du sprichst. Weil wir die Sprache der Männer nicht gelernt haben. Das hat uns niemand erklärt. Vielleicht wissen es deinen Eltern heute noch nicht. Und der Punkt ist, sowas lernst du bei mir in meinen Programmen. Du lernst, wo die Probleme herkommen. Du lernst, wie du diese Probleme auflösen kannst. Du lernst, wie der Mann tickt, wie du tickst. Also ganz, ganz viele Frauen. Also ich wusste es nicht von mir, wie ticken Frauen eigentlich. Du brauchst eine Übersicht. Und wenn du das alles kannst, dann kannst du das dein Leben lang anwenden. Nicht nur in deiner Liebesbeziehung, auch mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Freunden. Du kannst es überall anwenden, weil es ist immer das gleiche Prinzip. Aber du musst es erst mal wissen. Und das bekommst du bei mir. Also ich würde dir echt empfehlen, warte nicht mehr lange. Warte nicht mehr ab. Die Warterei macht dich wahnsinnig. Die Warterei bringt dich dazu, irgendwann zusammenzubrechen. Möchtest du das? Ja oder nein? Nein, wenn nein, dann bist du hier richtig. Denn dann bekommst du hier die perfekte Strategie, die perfekten Geheimnisse, die perfekten Schräubchen, die du noch drehen kannst überall ein bisschen. Weil es ist nicht viel. Du meinst immer, das ist so ein Riesenpulk und das kannst du nicht. Doch, das kannst auch du. Jeder kann es. Also ich hatte schon so viele, also über tausende von Frauen in meiner Begleitung. Und jeder kann es. Jeder kann es. Jede kann es. Tatsächlich auch du. Es ist nicht schwer. Du musst nur dich einschreiben. Du musst dabei sein. Du musst dich dafür entscheiden. Dann erst beginnt es. Vorher beginnt nichts. Vorher bist du immer noch die Abwarnende. Okay. Also ich wünsche es dir, dass du endlich sagst, jetzt will ich nicht mehr abwarnen. Jetzt bin ich eine Powerfrau wieder. Jetzt stehe ich auf und ziehe mir die Hosen wieder an. Ganz, ganz schlechtes Beispiel, weil wir Frauen sollen keine Hosen anziehen und männlich werden. Das wollen wir gar nicht, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Erkläre ich dir dann, wenn du da bist. Also ich erkläre dir alles. Ich erkläre dir alles über die Frau, alles über den Mann, alles über die Beziehungen, alles über die Leidenschaft, wie du die wieder zum Knistern bringst. Also alles, alles, was du dir ausdenken kannst, bekommst du hier, wenn du eine Frage hast, bekommst du immer eine Antwort. Und das ist mein Vorteil, dass ich immer eine Antwort habe. Weißt du warum? Weil die Antworten nicht von mir kommen. Ganz einfach. Die Antworten kommen von meinem Inneren, von meinem Sechsten, sind ganz, ganz einfach. Und die Antworten stimmen überraschenderweise immer. Also ich mache das seit 16 Jahren beruflich und konnte damit schon so vielen Frauen helfen, ihre Ehen zu retten, ihre Ehen zu drehen. Und die sagen sich alle, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ja, das liegt daran, weil es mich früher noch nicht gab, aber jetzt gibt es nicht. Ja, seit 16 Jahren mache ich das. Und jetzt gibt es dieses wundervolle Programm, also es heißt True Self. Werde wieder dein wahres Selbst und dann wirst du sehen, deine Ehe dreht sich und dreht sich und dreht sich, bis sie dich endlich erfüllt, bis du endlich glücklich bist. Mein Mann und ich sind seit 31 Jahren zusammen und wir sind endlich wieder glücklich, so wie am Anfang oder sogar noch besser, finde ich. Also wenn du das auch möchtest, schreib mir. Und wir sprechen über dich, deine Beziehung und deine perfekte Lösung. Und wir sprechen über dich, deine Beziehung und deine Beziehung und deine Beziehung und deine Beziehung und deine Beziehung. Und wir sprechen über dich, deine Beziehung und deine Beziehung und deine Beziehung.